Die Sterne sind wunderschön. Wow! Hilfe, eine Hexe! Du bleibst dich hinsetzen. Was denn passiert? Warum liegt der Schuh von Lena hier? Hilfe, Mama, eine Hexe hat mich entführt. Komm, wir gehen, bevor sie wieder zurückkommt. Wo ist sie hin? Ich hab doch gesagt, dass sie sitzen bleiben soll. Das Gold gehört mir. Die Hexe ist ja hier. Ich ruf die Polizei an. Gib mir den Zauberstab. Polizei, sie sind jetzt festgenommen. Yippie! 23 Tage im Gefängnis. Yay!